So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda Link's Awakening. Wir sind gerade dabei, hier in den Kammern ein paar Sachen zu machen, weil ich weiß gerade nicht mehr, wo ich noch Muscheln und Herztalle herbekommen soll. Mir fällt nur noch das hier ein. Wahrscheinlich habe ich irgendwas übersehen, aber werden wir noch feststellen. Trotzdem, das muss man sowieso machen, von daher machen wir das jetzt gerade. Kammern verbinden. Auf den hellgrauen Feldern oben rechts kannst du keine Kammern platzieren. Nur über Kammern mit... Ah ja, verstanden. Alles klar. So, also ich brauche einen Eingang. Zack. Hier ist die Treppe. Dann ist hier der Schlüssel drin. Dann würde es jetzt ja reichen, hier in den Bossraum zu setzen. So. Und dann würde es jetzt ja reichen, hier auf das Ding den Truhenraum zu setzen. Der... Ich brauche also ich brauche... Genau, ich brauche... Ich brauche einen Zugang. So. Aber jetzt habe ich hier einen Schlüssel verbunden. Jetzt habe ich hier den Schlüssel verbunden. Das ist jetzt Mist. Der muss wieder weg. Ich brauche einen ohne Schlüssel. So einen. Und jetzt brauche ich da oben... Einfach nur den Truhenraum. Meinetwegen den da. Und das war's. Oh, äh, hä? Was habe ich denn da... Ich habe denn da für einen Startpunkt genommen. Der ist natürlich Blödsinn. Dieser Start ist natürlich Quatsch. Wir nehmen diesen Start hier. So. Und dann passt die Geschichte. Sollte doch funktionieren. Ich kriege auch diesmal kein Geld. Okay. So, zack. Ach, jetzt muss ich da auch noch durchlaufen. Eie. So. So, gib mir den Schlüssel. Einen Rubin, den wir hinnehmen, werde ich dann auch behalten. Sensationell. Ne, drei Rubine sind es jetzt hier. Wow. Wir nehmen drei Rubine hier raus. Krass. Ah, jetzt darf ich den. Uuuuh. Das ist schon sick. So. Ey, den haben wir noch nie gesehen. Aber ich glaube, das ist der schnellste. Ja, wenn man halt treffen würde. Wir fänden spontan kein schnellerer ein. So, tschüss. Kann man die Sequenz nicht auch einfach bespringen? Ja, aber nicht. Yay. Kammern verbinden. Beendet. Kann man verbinden. Eins beendet. Wohlgegelt. Ey, noch ein Kammerstein. Oder eine Kammer. Ja, Mensch, toll. Erfülltes Herz. Was sind, warum sind da oben jetzt zwei? Oh, es gibt... Äh. Okay. Es gibt jetzt immer mehr davon. Es liegt an dir, welche Kammer du verwendest und wie du sie anhörst. Du musst nur jede einzelne Kammer in diese Herz formen. Okay. Ah, ich schätze, das ist dann eine Mission, wo man ein Herz dafür bekommt am Ende. Na, meinetwegen. So, wir starten mal ganz normal. Zack. Dann machen wir hier mal einen Dreier rein. Ne, wir machen hier einen Vierer rein. Gibt es irgendeinen normalen Vierer, der nicht stressig ist? Der ist nicht stressig. So. Alter, der hat einen Schlüssel da oben. Toll. Äh. Kriegen wir an der Seite irgendwas, was... Ja, perfekt. Das hier gibt dann einen Schlüssel. So. Jetzt hätte ich einfach nur einen anderen zur anderen Seite. Oh, das ist nicht alles einfach. Geh doch einfach auf. Da. Zack, zack, zack. Meinetwegen holen wir uns noch einen Schlüssel. So. Ähm. Wir machen weiter mit dem Vierer. Ich glaube, die sind am einfachen... Achso, aber ich kann die nicht mehrfach verwenden. Ah, okay. Dann haben wir jetzt jetzt mit Sten da hin und dann... Was ist das denn? Wie sagt der denn überall? Oh, nee. Ja, jetzt sehe ich das auch. Der hat gar keinen Schlüssel, ne? Ach, das ist der Raum. Ja, aber das geht okay. Das geht nicht okay. Da muss jetzt ein Dreier hoch. Ein angenehmer Dreier. Das ist ein angenehmer Dreier. So. Äh. Dann muss da noch ein Dreier hin. Nehmen wir einfach den. Ne, der geht nicht. Da muss ich dann runterschieben. Kann ich nicht einfach normale... Ganz normalen Raum bekommen? Warte, nehmen wir halt den. Ist mir jetzt auch egal. So. Äh. Dann muss ich nach oben können. Ja, setz mal den Raum da rein. Zack. Und dann muss ich zwei nach unten kommen. Nehmen wir den. Zack. Und dann muss ich zwei nach oben kommen. Zack. Und dann brauche ich jetzt noch einen Einzelraum nach oben. So. Und jetzt machen wir das auf der anderen Seite genauso. Also Dreierräume. Ne, den Viererraum. Hier wird jetzt auch noch mal einen Viererraum geben. Nehmen wir den. Nehmen wir den. So. Dann mache ich hier hoch. Hier hoch mache ich den Boss. Gibt es irgendeinen Boss, der schneller geht? Als der? Nein. Also ab dafür. So. Und dann geht es einmal hier runter. War jetzt einfach so eine Ecke. Einfach so eine Ecke. Zack. Einfach irgendwas, was halt nicht stressig ist. Also ist das nicht verbunden. Da brauche ich halt drei. Bin ja blöd. Nehmen wir den. So. Jetzt brauchen wir noch einen Zweier. Jetzt habe ich halt überhaupt noch nicht auf Schlüssel und Kram geachtet. Aber da, der ist normal, der Raum. Warum funktioniert das jetzt nicht? Ich kriege einen anderen Vierer. Aber der Vierer ist... Ja, was stört den denn jetzt? Ach, weil der da nicht verbunden ist. Ach, wisst ihr was? Dann bauen wir das halt anders. Dann geht es halt da nur zwei rüber. Einfach ein ganz normaler Raum. Ach, meinetwegen Zwischenboss. Jetzt ist der nicht, weil der nach unten geht. Ach, okay. Dann kriegt der jetzt halt so ein Ding. Mach mal den. Sind wir jetzt endlich zufrieden? Jetzt sind wir zufrieden anscheinend. Oh, das wird es aber dauern. Eieiei. Das ist ja ein Riesending. So, also erstmal Schlüssel holen. Aber das müsste echt schneller gehen. Jetzt muss ich jedes Mal mit dem Katsch angucken, wenn ich so eine Truhe öffne. Eieieieieieieieiei. So, dafür geht das halt alles hier Flix. Flix wollte ich sagen, nicht Flix. So, jetzt kommt der Zwischenboss. Halt die Klappe. Tschüss. Aber das würde ich alles gerne vorspielen können. Das müssen wir uns ja jedes Mal anschauen, wenn wir solche Räume einbauen. Das ist ja blöd. So, jetzt gehen wir einmal hier rum. Wait, das nützt doch schon was. Hier hoch. Das ist der Raum, den ich da eingebaut habe. Ja, guten Mauer. Das trifft ihn einfach auch nicht, ne? Ach, weißt du was? So ging das, glaube ich, besser. Meine Herren. So. Jetzt gibt es hier einfach nur Geld. Okay. Habe ich noch einen Zwischenboss eingebaut? Das wäre halt auch jetzt nicht das Problem. Du gehst einfach nicht zurück, mein Freund. Entschuldigung. So. Gibt es hier einen Schlüssel? Ja. Oder eine Truhe zumindest. Ich muss gleich niesen. Entschuldigung. Nochmal. Nochmal. Ah, man merkt das... Och, komm. Man merkt das dann manchmal so spät erst. Sorry. Sensor zu mir da war. Ja, tschüss. Gibt aber eine Truhe, ne? Ja. Hoffentlich eine sinnvolle Truhe. Aber ich glaube, wenn ich es nicht öffne, ist halt dann in den anderen Truhen kein Schlüssel drin. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss die alle öffnen. Weiß es nicht sicher. So, hier ist jetzt mein Schlüssel drin. Okay. Ah ja, der letzte Truhe ist ja der goldene Schlüssel, deswegen muss ich eh alle öffnen. Richtig. So war's. So war die Geschichte aufgebaut. Ich erinnere mich. Uhhh. So. Guck, guck. Der klingt ganz schön auf den Maul. Aber ich kenne keinen Boss, der schneller gehen würde. Von daher passt der schon. Yay. Erfülltes Herz beendet. Krieg ich dafür ein Herz teil? Ne Musch... Okay. Also es gibt ja auch noch Muscheln. Und Herztag. Okay, alles klar. Gut. Deswegen müssen wir das hier weitermachen. Bis wir alles geschafft haben. Also es passt schon, was wir hier tun. Ich will kein Labyrinth von Grund auf selbst entwerfen. Ich will nur deine Missionen machen. Ja. Ja. Mehr Herausforderungen. Let's go. Haben wir jetzt auf der ersten Seite alles? Ja. Okay, jetzt haben wir hier Nummer 2, Schlüsseljagd zum Beispiel. Ich weiß, ich weiß, die Fälle mit den Thronen sind nicht sehr nah an der Kammer mit den ganzen verschlossenen Türen. Genau darum geht es. Baue einen Weg, bei dem sie alle verwendet werden und stelle ein paar Thronen mehr auf. Du willst dich ja nicht vom Rest des Labyrinths aussperren. Nee, das will ich tatsächlich nicht. Okay, also einmal ein Startpunkt. Zack. Dann bauen wir jetzt einfach mal eine Verbindung. So ein Einzelraum mit Truhe und Treppe. Wie wäre es damit? Ich sehe halt noch nicht, was hier was ist. So. Also Truhe und Treppe. Und jetzt kann die nämlich zu den anderen Truhen führen. Hehe. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Warte, warum? Ach so, der hat keine Truhe. Der Raum hat keine Truhe. Ich brauche einen Raum, der Truhe und Treppe hat. Der da. Der hat Truhe und Treppe. Und jetzt brauche ich wieder einen Raum mit einer Treppe alleine. Die würde reichen. Die da hat eine Treppe. So. Und dann brauche ich wieder einen Raum mit Truhe und Treppe. Und dann brauche ich jetzt wieder einen Raum mit einer Treppe alleine. So. Und dann brauche ich wieder eine. Eine Truhe. Und dann ist es halt der Raum. Zack. Dann gibt es hier drüben noch eine Truhe. Das ist der Raum. Und dann ist da oben der Boss. Und dann haben wir das, glaube ich, möglichst günstig gemacht. Aber wieso funktioniert das jetzt nicht? Von der Treppe komme ich zu der Treppe. Von der Treppe komme ich zu der Treppe. Und von der Treppe komme ich zu der. Wieso ist das jetzt? Was ist jetzt sein Problem? Was stört ihn? Die sind doch nicht so verbunden. Wieso verbindet er die denn so? Wer sagt denn, dass das da hingeht? Hä? So habe ich das doch nicht gebaut. Wieso ist das jetzt so falsch verbunden? Jetzt funktioniert es. Aha. Ja gut, dann gehen wir jetzt halt den Weg anders, als ich gedacht hatte. Aber was soll's. Mir auch wurscht. Was ein Quatsch. Bam, 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 bam. Okay, da ist eh was. So. Zack. Juhu. Ein kleiner Schlüssel. Ach ja, alle Treppen, die ich jetzt eingesetzt habe, sind ja auch noch solche Treppen. Wo ich irgendwelche Wege laufe. Aber meinetwegen. So, jetzt sind wir hier. Dürfte egal sein, wie rum ich laufe. Das ist der Raum, okay. Ja, ja. Komm her. Hopp, 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 hopp. So, einmal schieb. Einmal schieb. Und einmal Schlüssel. Oder was anderes. Ne, wir müssen ja noch kleine Schlüssel dabei sein, erstmal. Ja. Haben wir noch lange nicht alles aufgedeckt da. Ach, geh doch einfach weg. So. Ist der ein Schlüsselraum? Ich hab keine Ahnung. Ne, das ist so ein Verbindungsraum gewesen. Den kann ich eigentlich einfach skippen. Ah. So. Äh, bin ich jetzt komplett dumm? Bin ich denn da für einen Raum eingebaut? Was hab ich denn da für einen Raum eingebaut? What the hell? Aha. Tschüssi, Kowski. So, goldener Schlüssel ist mir. Abflug. Das ist nicht der goldene Schlüssel. Wait, hätte ich das jetzt gar nicht machen müssen? Doch, muss ich machen, weil, ja. Haben wir ja schon festgestellt. Erst wenn ich alle Trucke eröffnet habe, kommt ja der goldene Schlüssel. Erst wenn ich alle Trucke eröffnet habe, kommt ja der goldene Schlüssel. Okay, das wird nix. Der Sensor zu nehmen. Ach, jetzt muss ich den Weg auch wieder zurücklaufen. Ah. Ah, der geht schneller. Das ist ganz gut. So. Ei, 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 ei. Stimmt, jetzt muss ich noch hier rüber. Und den Schlüssel haben wir ja schon dafür. Dann kriege ich da den goldene Schlüssel. Ja. Jawohl. Yay. Der Schlüssel. Und zurück. Und auf. Ratet mal, was für ein Boss hier kommt. Huh. Was eine Überraschung. Ach, komm schon. Ich dachte jetzt nicht mal ein Speedrun, aber hat mir zu langsam gewesen. Ja, ja. Schlüsseljagd beendet. Juhu. Das war super spannend. Vielen Dank für noch eine Kamera. Ich möchte bauen. Okay, jetzt bleibt hier bei. Aber da kommt bestimmt noch eine dazu. So, jetzt erstmal Bomben los. Diese Bombe ist schon mit ein paar Kammern gefüllt. Diese Bombe ist schon mit... Ah, das ist... Okay. Muss ich alles füllen, oder wie? Also, ich werde auf jeden Fall den Boss hier oben hinsetzen. Dann brauche ich hier eine Verbindung. Nehmen wir einfach die hier. Dann brauche ich hier eine Verbindung. Hier eine Verbindung hoch. Ah, perfekt. Einfach so... Einfach so ein Quatsch. Einschrauben. Ah, wait. Jetzt habe ich keine... Ja, jetzt bin ich... Das war dumme. Kriege ich eine mit Treppe? Ja, perfekt. Nehmen wir die. So. Dann kann die... Irgendwohin. Wir brauchen noch einen Start. Das ist kein Start. Das ist ein Start. So. Ähm. Jetzt brauchen wir nicht nur noch eine Kamera mit einer Bombe. Ähm. Mit einer Treppe. Die dann da rüber führt. Die zum Beispiel. Überprüfen. Ich muss alles füllen, ne? Alles klar. Dann machen wir halt noch mehr Treppenräume. Der da zum Beispiel. Ich werde jetzt verbindet, der die wieder genauso, wie ich es überhaupt nicht haben möchte. Wie ich mich kenne. Einfach ein normaler Raum. Ja, perfekt. Einfach hier Geld noch reinsetzen. Sehr schön. Ähm. So. Wir haben zwei Verbindungen. Die aber halt totaler Quatsch sind. Warum der die so verbindet, ich weiß es nicht. Wie kann ich dem denn sagen, dass ich die nicht so verbunden haben möchte? Ach, was ein Käse. Oh gut. Dann machen wir hier aus mal einen Dreier. Einen Dreier mit Treppe. Der da. Zack. Ähm. Ja, ja. Ich will doch nur möglichst einfach hier aus der Nummer rauskommen. So, gib mir den. Dann gehen wir hier zwei hoch. Dann kommen wir locker zwei hoch. Dann brauchen wir jetzt noch einen Abschluss rauf. Das ist wieder der hier. Der ist jetzt gut immer. Dann müssen wir hier mit zwei rüber gehen. Nehmen wir den. Zack. Brauchen nochmal einen Abschlussraum. Nehmen wir den. Zack. Das war der falsche. Ich habe nicht gesehen, dass der Quatsch ist. Nehmen wir den. Dann brauchen wir einen... Nö, da können wir auch einen Viererraum nehmen. Nehmen wir den. Zack. Dann brauchen wir hier einen Zweier, der rüber führt. Da nehmen wir den. Zack. Dann brauchen wir einen Dreier, der hochführt zusätzlich. Wir haben einen angenehmen Dreier. Der ist angenehm. Jetzt brauchen wir nur noch eins, die das Ganze abschließen. Der schließt hier ab. Der schließt hier ab. Und der da schließt hier ab. Problem ist jetzt nur, dass ich den falsch gesetzt habe. Weil der braucht einen Zweier. Der braucht so einen Zweier. Irgendeinen normalen Zweier. Nee. Nee. Der braucht ja drei Jahre, das Ding. So. Jetzt ist nur das Problem, dass die... Die Türen... Die... Die... Die einfach zu dumm gesetzt sind. Ich weiß nicht warum. Warum setzt der die so? Ich will die nicht so verbinden. Dann verbinden wir das halt ohne Tür. Ohne zusätzliche Tür, meine ich. So, nehmen wir den Raum. Jetzt passt die Geschichte. Let's go. Das ist ein total bekloppt gebautes Labyrinth, aber was soll's. Oh. Ich hab den Raum gewählt. Ja, okay. So, wie das ist. Dann hab ich wohl diesen Raum gewählt. Oh, ich muss die Treppe jetzt erst gehen. Ja, ja, klar. Da gibt's Sinn. Hab ich jetzt so gebaut. Okay, das ist der Weg. Der geht am allerschnellsten. So. Zack. Den Raum haben wir ja auch noch nie gesehen heute. Hm. Also, die Idee mit dem Kammernbaut ist interessant, aber... Ich sag jetzt mal, für die Missionen ist es ein bisschen... Nee. Das merkt ihr selber. Ach, da brauch ich ne Bombe. Das erklärt einiges. Wait, aber... Äh... Jetzt haben wir ein Problem. Ich hätte den Schlüssel nicht hier für verwenden dürfen. Ich darf den Schlüssel nicht für diesen Raum verwenden. Das ist... Das ist... Das ist Bait. Oh, nein. Das komm ich aus der Nummer nicht mehr raus, oder? Ja. Ja, aufgeben. Aber wie? Komm ich hier raus? Das heißt, ich werde die Schatzkammern nicht nutzen können. Okay, das ist nicht so schlimm. Es sind halt eh nur dumme Rubine. Ah, war das blöd. Ich hoffe, ich werde mich nicht noch mal verbauen gehen. In dem Level. Ah, war das blöd. Aber durch welche Tür gehe ich denn dann am schlauesten als nächstes? Das muss ich gleich mal gucken. Man kann sich also tatsächlich verbauen. Tolle Wurst. Ganz tolle Wurst. Yay! Hätte ich mal vor auf die Karte geguckt, ob da hinten überhaupt noch was kommt, was ich brauche. Ich brauche. So. Da oben ist nix. Mit anderen Worten, da will ich auch gar nicht rein. Ich will hier weiter. Was habe ich denn da oben hingesetzt? Ich habe keine Ahnung. Oh, wie kassig ist mir auch. Warum baue ich denn überhaupt ein? Junge. So. Gut das sehen. Wollte ich gar nicht machen müssen. Da muss jetzt aber durch. Da muss ich jetzt aber durch. Ach, jetzt brauche ich den Enterhaken. Oh, ist das ein Spaß. Alter, das ist nicht mein Modus. Ich verstehe den Gedanken dahinter, aber das ist jetzt irgendwie nicht so. Es fühlt sich viel mehr wie Zeitverschwendung an als... keine Ahnung, wo was sinnvolles ist. Gibt es hier überhaupt eine Truhe hier drin? Hä, da hätte ich auch einfach so hingekommen. Wieso gehe ich diesen Weg? Ich hätte den ganzen Weg jetzt nicht gehen müssen. Das heißt... Es geht so oder so nur da drüben weiter. Ich hätte den ganzen Quatsch mir hier sparen können. Das ist einfach nur der Vollständigkeit halber verbunden. Das heißt, jetzt muss ich mit diesem Ding hier hochgehen. Okay. Ah, hier kann ich auch noch. Ist da... Ja, da ist die Truhe. Da ist eine andere Truhe. Oh, nee. Ich habe den Raum eingebaut. Oh. Das dauert überhaupt nicht lange, wenn ich die vorher zu schlafen kann. Das ist ja cool. Guter Raum. Mhm. Guter Raum. Sehr guter Raum. So, nachdem wir eine Truhe haben, musste ich die auf jeden Fall öffnen. Egal, was da drin ist, aber es ist sogar was Wichtiges. Und wenn es nichts Wichtiges wäre, es muss hier eine Truhe geöffnet sein am Ende. Sonst kommt der goldene Schlüssel nicht. So, zack. Hey, da ist einfach eine Truhe. Okay. Sehr gut. Was ist denn alles für tolle Räume hier? Ups, ciao. Ah, und hier ist wieder Ende, oder was? Ach, dann brauche ich doch noch mal die Verbindung von dem anderen Raum. Ah, alles klar. Dann ist hier irgendeine Treppe, die hier rüberführt oder so. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich da für Quatsch gebaut habe. So, lass mich einfach hier raus. Ah ja, genau. Und am Schluss bleibt dann natürlich der Schlüssel übrig, mit dem man zur Schatzkammer kommen könnte. Aber den muss man halt ganz zum Schluss erst kurz. Wenn man den zwischendurch, das hat man halt ein Problem. Wenn man da nicht weiterkommt, dann verbaut man es sich. Ah. So. Jetzt geht es hier hoch. Das ist nicht der richtige... Ah! Ich dachte gerade schon, ich habe irgendwie Quatsch gemacht. Da habe ich jetzt eine Bombe gebannt. Er hat ja auch jetzt noch nicht sich gemeldet, deswegen war ich noch, äh, guter Dinge gerade. Nice. Und da ist der goldene Schlüssel drin. Uh! Gut. Bombe abgeschlossen. Den anderen Schlüssel darf ich mit Schlüssel sein. Ich bin raus. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht noch zu der Schatzkammer laufen, weil das wäre jetzt Quatsch, den ganzen Weg zurück zu laufen. Wenn ich jetzt keine Lust suchen, muss ich nicht. Okay. Na, du. Das war ein Speedrun. Puh! Hurey. Ja, ja, ganz spannend. Toll. Hä? Hä? Den Plus-Effekt-Bomben erhalten. Wende ihn auf eine Kammer an, um es dort Bomben habeln zu lassen. Schatzkammer haben wir noch, dann haben wir alle gemacht. Zumindest die Erde, wie es gegeben hat. Das ist dann selber zum Bauen. 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 Hä? Und jetzt verbinden wir einfach wild die ganzen Dinger da. Sehr gut. Eine Treppe brauche ich. Eine Treppe brauche ich. Ich brauche ja nur eine. Da ist meine Treppe. Ah, die hat keine Truhe. Ich brauche eine Treppe und eine Truhe. Ah, die kann ich auch von woanders setzen. Muss jetzt nicht so eine Ecken-Ding sein. Ich glaube, so ein Ecken-Ding hat nicht Treppe und Truhe gleichzeitig. Ah, ich brauche eine Truhe. So ein Ecken-Ding hat nicht Treppe und Truhe gleichzeitig. So, jetzt brauche ich hier Durchgänge. Treppe und Truhe, Treppe und Truhe, keine Treppe und Truhe. Ah, jetzt brauche ich überhaupt eine Truhe. Das Ding hat eine Truhe. Ah, das ist ein blödes. Das ist jetzt ein... Das kann ich nur One-Way gehen. Ne, kann ich nicht. Das kann ich Two-Way gehen. Genauso wie das hier. Alles hat keine Truhe. Alles hat alles keine Truhe mehr. Ich brauche jetzt einen Durchgang mit einer Truhe. Der hat eine Truhe. Brauche ich noch einen Durchgang mit einer Truhe. Der hat auch eine Truhe. Jetzt habe ich kein Ding mehr mit einer Truhe. Ah, ich brauche das ja nach unten. Das da ist gut. So, aber jetzt habe ich keine Treppe. Irgendwas muss ich noch mit einer Treppe ersetzen. Sonst komme ich da ja nicht rein. Aber es muss einen Raum mit Treppe geben. Effekte. Das ist der Bomben-Effekt. Der nutzt mir herzlich wenig. Wobei wir können hier, können wir es Bomben haben lassen. So, viel Spaß damit. Da ist eine Treppe, aber da ist keine Truhe. Und ich muss einen Raum mit Treppe und Truhe finden. Es geht gar nicht anders. Ich komme ja anders da in die Mitte nicht rein. Das Ding hat Treppe und Truhe. Dann bauen wir es halt so. Und dann ist das da hinten halt auch ein Endraum. Einfach ein Endraum mit einer Truhe. Der da hier. Dann muss ich da halt einmal im Kreis laufen. Nachher, was soll's. Völlig egal. Hauptsache wir kommen durch. Das machen wir in dem Part noch schnell. Ja, jetzt gehe ich halt einmal komplett im Kreis. Jetzt gehe ich halt einmal komplett im Kreis. Wollt grad sagen. Oh no. Wie viel hält der? Nein! Dumme Fledermaus. Lösch dich. Mach was halt mit den Töpfen. Hab ich nicht gecheckt. Toll. Hab's wie immer drauf. Dankeschön. So, Fledermaus. Und dann du. Wiedersehen. Ei, ei, ei. Toll. Ach, ich krieg jetzt nur, weil keine einzige Tür eingebaut ist, mit nem Schlüssel, krieg ich jetzt lauter Rubinentruhen. Das ist allerdings auch ganz gut. Für Geld. Stimmt, wir haben keinen einzigen Schlüssel eingebaut. Das heißt, alle Truhen, die wir bekommen, sind Rubine bis auf den letzten. Das ist dann der golden Schlüssel. Ja, Mensch. Kann man mal machen. Ah, das ist natürlich nice, wenn vor allem 50er dabei sind. Das ist jetzt schon nicht so verkehrt. Da bin ich sehr dafür. Da bin ich sehr dafür. So, da kann man nachher dann uns die Abkürzung machen. Aber das wird ja der Raum sein, den wir bomben. Insofern passt die... Boah. Hier geht was. Hier geht was. Alter. Aber ja, jetzt. Komm, mehr 50er Rubine. Immerhin besser als eine Rubine. So, und hier kommen jetzt Bomben geflogen. Können die mich jetzt da eigentlich rausziehen aus dem Ding? Nein, okay. Doch. Vielleicht ist das ein ungünstiger Raum für den Bombenhaare gewesen. Ich bin mir nicht so sicher. Äh, okay, dann muss ich abraten. Wow, ich habe einen besten Raum, habe ich die Bombenhaare gesetzt. Als hätte ich selbst wirklich mir das Spiel verschweren wollen. Sensationell. So, dann haben wir hier einen kleinen Rückweg. Einen einfacheren. Sensationell, also wirklich. Wie ich mir das wieder gebaut habe, bin ich schon ein bisschen stolz jetzt auf mich. Wenn einer asozial bauen kann, dann bin ich das. Wow. Und in jedem Raum hätte ich es ausprobieren können. Nein, es musste dieser Raum sein. So, letzter Raum. Ach ja. Ciao, verfallen. So. Erdo. Und rückwärts. Und jetzt haben wir es sogar, glücklicherweise, einen kleinen Rückweg uns geschaffen. Als hätte ich es geplant. Als hätte ich es geplant. Als hätte ich es geplant. Easy. Und wir schwimmen wieder zurück. Jetzt wollte ich unter Wasser die Pegasus-Stiefel einsetzen und habe mich gewundert, warum ich nicht schwimmen kann. Blöd kann man auch sein. Ich könnte mir vorstellen, dass eine Kammer wird er noch jetzt freischalten, wenn man die geschafft hat hier. Aber die machen wir dann beim nächsten Mal. Das wird mir zu lange vom Part hier an. Bruder! Die wird mir zu lange vom Part hier an. Tam, 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 tam. Yay! Das war spannend. Ja, ja, ja. Es gibt halt noch Kammersteinfahnen. Der Kammer, meine ich. Ja, ich sag ja, eine kommt noch. Gucken wir mal. Nein, es kommt... Oh, mein Gott. Hier ist Kammern verbinden und dann ist hier das Nächste. Wie viel kommt denn da noch? Oh Gott, schaut euch den Mist an. Ich brauche eine Pause. Danke fürs Zuschauen. Und... Tschüss.